Hallo Leute und willkommen zum heutigen weiteren Storywell. Heute zeige ich euch das Programm Big MacroTool. Im Endeffekt ist es ein Programm, womit ihr einfach eure Texte, die ihr habt, tabben könnt bzw. reinschicken könnt mit einer Taste von F1 bis zur F11 Taste. Es geht sogar vierfach, es gibt insgesamt vier Maps, wie ihr hier seht. Der Link zur Seite fürs Downloaden ist unten in der Videobeschreibung, ganz oben. So, das Ganze haben wir dann im Endeffekt runtergeladen. Meine Texte sind schon drinnen. Im Endeffekt, wenn ihr das runterladet, ihr kriegt dann insgesamt noch vier Config Dateien und eine Last Archivmap Datei. Wichtig ist, die Dateien müsst ihr auf eurem Desktop dalassen, sonst verschwindet der ganze Text wieder. Ihr schreibt den Text im Endeffekt einmal hier rein und dann öffnet sich dann beim nächsten Neustart eures PCs oder wenn ihr ihn herunterfahrt und ihr anmacht, werden im Endeffekt hier vier Config Dateien und eine Last Archiv Datei erstellt. Somit bleiben dann die Texte im Endeffekt drin. Ihr könnt das Ganze natürlich auch mit Enter auswählen, dass ihr im Endeffekt sagt, hey, da ich die F1 Taste ganz häufig brauche bei ETS, bei S19, setzt ihr den Haken dort rein mit Enter zu bestätigen. Klickst dann in den ETS rein, schickt das Ganze rein, klickt dann auf F1 und das Ganze wird dann automatisch reingeschickt ohne Enter. Im Endeffekt, ihr müsst dann nicht mehr Enter drücken, sondern ihr drückt einfach nur noch die Taste F6 oder drückt dann auf Enter. Das Ganze ist jetzt im Endeffekt automatisch. Geht jetzt nur, wie gesagt bei der Taste F1 und das Ganze drückt kein Enter mehr dafür, sondern es wird automatisch schon reingeschrieben. Dankeschön fürs Zuschauen und würde mich natürlich über ein kostenloses Abo freuen. Falls euch das Video gefallen hat, würde mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Aktiviert die Glocke und bis zum nächsten Tutorial, euer Dennis. Sousaplasia Vielen Dank.